Zu dem, was er sagt, steht Jimmy Hartwig in jeder Sekunde. Aber ich glaube doch, dass ich so bleibe, wie ich bin. Der Kaffee ist fertig Klingt es nicht unheimlich zärtlich Der Kaffee ist fertig Klingt es nicht unglaublich lieb Wann die ersten Sonnen streuen Auf meine Augen niederfallen Dann hält ein Stimm Die wie Glocken klingt So Der Kaffee ist fertig Klingt es nicht unheimlich zärtlich Der Kaffee ist fertig Klingt es nicht unglaublich lieb Klingt es nicht unglaublich lieb Klingt es nicht ganz einfach herrlich Der Kaffee ist fertig Klingt es nicht ganz einfach lieb Wann die Glocken nach der Schlaf Und ich komm wieder gspät Wär ihn nicht nervös Spür ich gar keinen Stress, wann du's haust. Der Kaffee ist fertig, das klingt für mich wie Musik. Der Kaffee ist fertig, weil er um 8 Uhr noch weh. Der Kaffee ist fertig, das klingt für mich wie Musik. Der Kaffee ist fertig, das klingt für mich wie Musik. Der Kaffee ist fertig, das klingt für mich wie Musik. Der Kaffee ist fertig, das klingt für mich. 7.53 Uhr in der Stadt Danbury im US-Staat Connecticut gibt es zur Zeit nur ein Thema. Welche Katze wurde im Garten des Kongressabgeordneten Tabosek mit allen Ehren beerdigt? Also Böllerschüssen und so weiter. Die bisherigen Ermittlungen ergaben folgendes Bild. Odie, die rötlich gestreifte Katze der Taboseks, verschwand am 13. November auf Nimmerwiedersehen. Noch in der gleichen Nacht fand Frau Tabosek eine rötlich gestreifte Katze tot im Straßengraben. Am darauffolgenden Tag wurde der Leichnam beerdigt. Doch die Trauergemeinde hatte die Rechnung ohne Odie gemacht. Tage später kehrte eine rötlich gestreifte Katze zu den Taboseks zurück und gab sich dort eindeutig hauskatzenmäßig als Odie aus. Seitdem bewegt die Ortschaft nur eine Frage. Welche Katze wurde da beerdigt? Oder warum trägt die Katze einen Hundennamen? Warum kann David Hasselhoff nicht singen? Warum sitze ich hier überhaupt? Warum ist Kai Deppel doof? Und gibt's noch irgendwelche Fragen? Hier ist F4David. Wörter Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir haben noch einiges zu bieten in dieser Stunde Sie können was gewinnen, tolle, tolle Sachen Können Sie gewinnen, ein Autoradio zum Beispiel Oder nachher noch eine Kiste Sekt Aber dazu kommen wir später Jetzt lassen wir den Bullen rein, einverstanden? Ich war viel zu langer Nerds, ich war zwar nicht mehr, ich war viel zu langer Stein, ich war viel zu langer Reports, ich war viel zu langer klein, ich bin wieder bei dem Klein, komm zurück ins ZDF, ich weiß nicht mehr, was ich tue. Ich weiß schon noch, was ich tue, ich sag in die Uhrzeit, es ist 10 Minuten nach 8, wenn man seinen eigenen Aussagen Glauben schenken darf, dann wird er heute 161 Jahre alt. Nein, kein neuer Methusalem. Es ist auch kein Knoblauchwunder. Ilja Rogoff hat damit nichts zu tun. Aber es ist auch kein Hundeleben. Herbert Spies löst das Rätsel für uns. Die Lebensjahre eines Tennisprofis zählen wie Hundejahre, hat Boris Becker einmal geäußert. Er wird zwar heute erst 23 Jahre alt, doch wo er sich auch aufhalten mag, er wird Bilanz ziehen, Erfolge und Misserfolge gegeneinander abwägen, die Höhen und Tiefen dieses Jahres einzuordnen versuchen. Boris Becker macht in den zurückliegenden zwölf Monaten nicht nur als Sportler, sondern auch als Interviewpartner von sich reden. Seine Sympathiebekundungen für Hausbesetzer, seine Meinung zur Wiedervereinigung und zur Rolle der Bundeswehr erregten viel Widerspruch. Rückblickend kann der Gescholtene den Wirbel nicht verstehen. Ich wollte halt nur, da ich eine öffentliche Person bin, so viele Leute immer fragen, wollte ich eigentlich mal rein dich machen über meine Gedanken, die ich habe. Und dass ich halt nicht mehr so bin, wie ich, es wäre auch, glaube ich, schlecht, wenn ich noch so wäre, wie ich als 17-Jähriger der Wimbledon gewonnen habe. Und das wollte ich eigentlich nochmal erklären. Einen ganz großen Triumph beispielsweise, einen Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier kann er 1990 nicht vorweisen. Auch die berauschenden Hochgefühle von Davis Cup erfolgen blieben aus, weil er seinen Mannschaftskameraden zu Jahresbeginn einen Korb gab, um sich ganz und gar auf sein größtes Ziel zu konzentrieren. Endlich auf der Computer-Weltrangliste als Erster ausgewiesen zu werden. Die Aufholjagd endete in Paris. Aus der Traum, der linke Oberschenkel war den Belastungen nicht mehr gewachsen. Becker, der Kämpfer, steckte dennoch nicht auf. Mein Weg war jetzt sehr gut die letzten Monate. Und zwar ist es schade jetzt, aber so wird es mich nicht umhauen, glaube ich. Ich bin jetzt zu lange dabei und zu oft war ich kurz davor, dass ich jetzt den letzten Schritt auch noch machen werde irgendwann. Die Warnsignale seines Körpers hat Becker sehr wohl zur Kenntnis genommen. Er, der für fast jeden die Verkörperung von Kraft und Siegeswillen ist, braucht jetzt Ruhe. Und in keinem Fall die kollektive Umarmung der Fans oder derer, die sich dafür halten. Denn... Ja, ich sehe mich auch nicht als Idol. Ich bin so, wie ich bin. Ich habe eine relativ, wie du gesagt hast, powerfulle, kräftige Spielweise. Aber das hat nichts mit meinem Leben still zu tun. 23 Jahre und vielleicht ein bisschen weise. Jugendlich unbedarft ist Boris schon lange nicht mehr. Schließlich zählen Tennisjahre wie Hundejahre. Herbert Spies, Düsseldorf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Put your head on my shoulder Hold me in your arms, baby Squeeze me oh so tight Show me that you love me too Put your lips next to mine, dear Won't you kiss me once, baby Just a kiss me once, baby Just a kiss goodnight Maybe You and I will fall in love You and I will fall in love You and I will fall in love People say that love's a game A game you just can't win A game you just can't win If there's a way I'll find it someday And then this moon will rush in And then this moon will rush in Put your head on my shoulder Whisper in my ear, baby Maybe Words I want to hear Tell me Tell me Tell me that you love me too Tell me that you love me too Put your head on my shoulder Put your head on my shoulder Paul Anker um 8 Uhr und gleich 15 Paul Anker arbeitet in Amerika beim Fernsehen Als Anchorman Stefan Ofirowski Was ist das? Das ist nur unverschämter halt Ich bin all die Jahre lang Marschiert in Freunden schon Sie waren mir oft viel zu groß Ich wollte nichts dagegen tun Und ich trug so viele Masken Ich verlor dabei mein Gesicht Ich hab mich oft geblendet Silber fand ich nicht Tief im Süden meines Herzens Da lieb noch immer ich Dief im Süden meines Herzens Pergebe ich mich noch nicht Ich ergebe mich noch nicht Bevor ich mich zu früh verbrenne und ich mich selber überleg' Die Angst mir in die Seele beißt, die ich nicht weiter weiß Da hör' ich auf, was, was ganz tief, tief drin in mir schreit Warum willst du es morgen leben und wird es endlich für dich aus? Tief im Süden meines Herzens, da lebt noch immer ich Tief im Süden meines Herzens Ergeb' ich mich noch nicht Ich ergeb' mich noch nicht Ich hab' die anderen oft bewundet, das Glück und Tränen nutzen Und ich jag' durch mein Leben Die Zweifel lassen mich nie rum Mein Herz ist erwachsen geworden Da schwindet die Angst vor morgen Denn irgendwo, ganz tief in mir Weiß ich, da ist noch mehr Tief im Süden meines Herzens Da lebt noch immer ich Tief im Süden meines Herzens Geh' ich mich noch nicht Tief im Süden meines Herzens Da lebt noch immer ich Tief im Süden meines Herzens Und tief im Süden unseres Studios Da hab' ich was gefunden Um 20 nach 8 Nämlich ein Blaupunkt Autoradio Hamburg CH40 mit Keycard Haben wir uns gedacht, lassen wir es nicht in der Ecke liegen Es wär' zu schade, ist nämlich ein tolles Gerät Sondern verspielen wir es doch ganz einfach Und mit ein bisschen Glück Hat jetzt jemand die Chance Mit mir, um dieses Autoradio zu spielen Wem geben wir die Chance? Zähle, sag mal eine Zahl zwischen 1 und 10 Sagen wir 6 heute Okay, der 6. Anrufer Also bei uns hat die Chance Mit mir, um ein Blaupunkt Autoradio zu spielen Rufen Sie uns an 00352 13 31 Und ich würde mir jetzt auch wünschen Dass wir einen tollen Preis verspielen können Ich spiele mit der Ida Franzen Guten Morgen, Ida Ja, guten Morgen Sie sind die 6. Anruferin Haben jetzt die Chance Mit mir, um ein Autoradio zu spielen Das ist nicht schlecht So um 8.20 Das wäre toll, ja Haben Sie ein bisschen Zeit, ja? Ja Gut Ida, wir machen folgendes Wir spielen Sektor das Elters Ich hab hier 4 Umschläge für Sie Beschreib Ihnen mal, was da drin ist In dem einen Umschlag ist eine Niete drin Fangen wir mit dem Schlimmsten an In dem zweiten ist ein Joker Im dritten ein Trostpreis Und im vierten das Radio Ne? Die sind natürlich gemischt Das ist klar Ich kann die nochmal alle mischen hier Ich hab die alle vor mir Sie fangen an und ziehen einen Umschlag Wenn Sie die Niete ziehen Ist das Spiel aus Wenn Sie den Joker ziehen Oder den Trostpreis Können Sie sich entscheiden Ob Sie weitermachen Beim Joker geht es in jedem Fall weiter Beim Trostpreis ist es Ihre Entscheidung Alles klar? Ja Dann nennen Sie mir mal den ersten Umschlag, Ida Ich setze auf die 3 Den Umschlag 3 Ist alles hier ganz offiziell verschlossen Damit wir hier keinen Fehler machen Umschlag 3 ist der Joker Oh Also noch nichts verloren, ne? Äh Jetzt brauche ich den nächsten Umschlag Ich würde sagen die 1 Umschlag 1 Da könnte jetzt drin sein Die Niete Der Trostpreis Oder das Autoradio So, ich hab den Umschlag aufgemacht Auf diesem Umschlag steht CR40 Wissen Sie was das bedeutet? Wahnsinn Das ist unser Autoradio Wahnsinn Toll Wow, super Toll Ein Blaupunkt Autoradio für Ida Franzen Ida, jetzt ist so ein bisschen raus die Spannung Ganz wunderbar Ja, freuen Sie sich Haben Sie ein Auto? Ja Dann können Sie das Autoradio gebrauchen Das ist ein tolles Ding Ich beschreibe es Ihnen mal kurz Also, das ist ein Autoradio Hamburg CR40 von Blaupunkt Das ist ein Topgerät der Spitzenklasse Mit 2x26 Watt Also eine ganze Menge Natürlich Stereo ist klar Es hat ein Tape Deck Kassettenrekorder Können Sie also auch die tollsten Kassetten hören Empfehle ich natürlich nicht Ich empfehle immer natürlich RTL zu hören In dem Autoradio Und das geht Das geht, weil es ein super Tuner hat Und geklaut werden wird es Ihnen wahrscheinlich auch nicht Denn es ist mit einer Keycard gesichert Toll Alles klar Ida? Ich sag nochmal Nichts zu danken Herzlichen Glückwunsch Danke Und Tschüss Tschüss Wie ich heiße spielt keine Runden Es ist noch nicht so weit Da dauert es noch ein bisschen Heute ist es zwar schon kalt und trocken Zwischen 5 und 8 Grad Aber für Schnee reicht es noch nicht Mancher wird sagen Zum Glück Einige aktuellen Werte Köln Heute Morgen bewölkt Und 2 Grad Luxemburg bewölkt Und 1 Grad Bremen Heiter Und 0 Grad Die Schlagzeilen mit Henry Brinker Flugzeugabsturz in Thailand Auch ein deutscher Stab Wahlkampf im Bundestag Streit um Abgabenerhöhungen Im südafrikanischen Homeland Transcai Wird geputscht Die Lage ist unklar Mehr Informationen in einer halben Stunde Bei unseren Nachrichten Das ist nun von der Ein Service von QNAT Der Kreuzfahrträderei Tja Ines Jetzt wollte ich dich anmoderieren Heiße Temperaturen von der heißen Ines Ananas ist ja kalte Temperaturen Nur die heiße Ines stimmt Die Wetterlage in Europa bleibt Also weiterhin unverändert Kühl und bedeckt Moskau bedeckt und Regen 2 Grad Stockholm trocken Kalt minus 9 Grad Da schon Kopenhagen bewölkt 2 Grad Paris Nebel minus 1 Grad Lissabon heiter 8 Grad Madrid trocken 2 Grad Mallorca bewölkt 11 Grad Und nur in Tunis und Rom Klettern die Temperaturen heute noch über 20 Grad Im Moment in Tunis heiter 15 Grad Am Nachmittag bis zu 24 In Rom trocken 17 Heute Nachmittag bis zu 21 Grad Und zum Abschluss noch Athen heiter 14 Grad Der aktuelle Tipp 2 Grad Untertitelung des ZDF, 2020 Achtung und 35 Achtung und 35 Achtung und 35 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Puede que seas tu, tan solo tu. Parate un instante, habla claro, como solo sabes tu. Dime quién eres tu. No me atrevo a liberarme, mi vida se complica así. Como te querré, cuanto te querré. Abro bien los brazos, te recibo aquí, pero un sueño me lleva lejos. Mientras tú te quieres, defender de mí, tu prudencia es papel. Esta vez tenemos que crecer aún, son excusas, son evasivas. Si te busco, tú te escondes, luego vuelves. Parate un instante, habla claro, como solo sabes tu. Parate un instante, habla claro, como solo sabes tu. Parate un instante, habla claro, como solo sabes tu. Parate un instante, una historia importante. Una historia importante, una historia importante. Para ti es importante, la hora de la hora de la hora, 8.47. Stefan Morfirovsky. Pilot of the Airways, here is my request. You don't have to play it, but I hope you'll do your best. I've been listening to your show on the radio. And you seem like a friend to me. I hope you like good. Of your choice, I don't mind. I'd be happy just to hear your voice. Saying this is for the girl who didn't sign her name. Guess she needs a dedication just a sec. Late at night, I'm still listening. Don't waste my time chasing sleep. People say I look weary. But that's just the company I keep. Ooh, you make the nighttime race. Ooh, I don't need to see your face. You're sounding good. Sounding good. Sounding good to me. Pilot of the Airways, here is my request. You don't have to play it, but I hope you'll do your best. I've been listening to your show on the radio. And you seem like a friend to me. Late at night, I'm still listening. Don't waste my time chasing sleep. People say I look weary. But that's just the company I keep. Ooh, you make the nighttime race. Ooh, I don't need to see your face. You're sounding good. Sounding good. Sounding good to me. Oh, you're sounding so good to me. Pilot of the Airways, here is my request. You don't have to play it, but I hope you'll do your best. I've been listening to your show on the radio. And you seem like a friend to me. Oh, I've been listening to your show on the radio. And you seem like a friend to me. Ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. Play that song for me. Won't you just play that song for me? Ooh, 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 ooh. Szenen vor neun ist es. Endlich macht mal jemand ein Lied über uns, hier über die Jungs im Radio. Pilot of the Airwaves. Charlie Dover, das... Darauf eine Flasche Sekt. Das heißt, ich darf den ja nicht hier aufmachen. Schade eigentlich, weil... Der ist zum Verspielen da. Der ist für Sie. Eine Kiste Sekt. Geht jetzt raus in RTL und Guten Morgen Deutschland. Und zwar ein Sekt vom Guten. Das ist der gute Berner Massa. Eine Kiste Sekt für Sie, wenn Sie Geburtstag haben. Das hat jeder, aber nicht jeder hat am 10. Juli Geburtstag. Also wir spielen Geburtstagsbonus. Und alle, die die am 10. Juli Geburtstag haben, haben jetzt die Chance, hier durchzukommen. Der Erste, der durchkommt und am 10. Juli Geburtstag hat. Wir prüfen das allerdings nach. Gemogelt wird hier nicht. Gewinnt eine Kiste Sekt. Alles klar? Jeden Samstag sind wir in einem anderen Postamt. Irgendwo in Deutschland. Für die richtige Stimmung sorgen Hugo Egonwalder und Top-Künstler. Außerdem gibt's tolle Preise zu gewinnen. Jeden Samstag von 10 bis 13 Uhr. Live dabei. Dabei. Und an diesem Samstag feiern wir in Saarbrücken im Postamt 13 in der Nähe des Rathauses. Musikalisch unterhalten Sie Cindy Berger und Merlin. Also nicht vergessen, am Samstag in Saarbrücken. RTL ist live. Wir sind auch live dabei. Um 8.53 Uhr begrüßen wir am Telefon die Monika Vogel. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Monika, wann haben Sie denn Geburtstag? Am 10.07. Herzlichen Glückwunsch. Jawohl, auch von uns. Nicht zum Geburtstag, weil den haben wir noch nicht, aber eine Kiste Sekt gibt es von uns. Das ist aber immer erfreulich. Ja, ich sag das immer, Kiste noch zulassen bis zum 10. Juli, ne? Ja, ja. Oder ganz heimlich an Weihnachten. Jo. Okay. Ich gucke, ja. Ich bedanke mich fürs Mitmachen, Monika. Vielen Dank. Und lass mich den Sekt schmecken. Ja, danke schön. Wie wär's denn jetzt noch mit ein bisschen Marius Müller-Westernhagen? Ja? Hören wir uns zusammen an? Okay, tschüss. Okay, singen wir noch ein. Die Verträge sind gewahrt und es wurde viel gelangt und was Süßes zum Dessert, freundlich herz. Freiheit, Freiheit, Freiheit. Freiheit, die Kapelle und Tata. Und der Papst war auch schon da. Und mein Nachbar Paul Ulrich. Freiheit, 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 ist die Einzige, die fehlt. Freiheit, Freiheit, ist die Einzige, die fehlt. Freiheit, Freiheit, die Freiheit, wurde wieder angestellt. Freiheit, 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 ist die Einzige. Freiheit, ist das Einzige, was zählt. So, call it jetzt. Ein bisschen Gänsehaut bekommt man schon bei dem Titel. Es ist 8.56. Das war's von RTL und guten Morgen, Deutschland. Ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause fürs Zuhören. Morgen gibt's natürlich ein Wiederhören, wenn Sie Lust haben. Und gleich kommt der Rolf mit einem Tag wie kein anderer. Was haben wir noch? Das Wunschtelefon. RTL, das Wunschtelefon. Hallo, hier ist die Karin König aus Dortmund. Und ich wünsche mir den Titel von Willie Nelson und Julio Iglesias. To all the girls I've loved before. To all the girls I once caressed. And may I say I've held the place for helping me to go on. I owe a lot I know to all the girls I've loved before. To all the girls who share my life. Who now are someone else's wife. Who now are someone else's wife. I'm glad they came along. I dedicate this song. To all the girls I've loved before. To all the girls who care for me. Who feel the midnight's weight next time I'll see. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020